Oder wir nehmen was der Gans weg. Das ist eigentlich alles zu schlecht. Das ist jetzt der gleiche Infekt mit doppelt einer Aufwand. Ihr werdet ja mitmachen. Kommst du mal bitte? Ihr seid ein sehr anmutiges Kunststück. Kannst du dich da hinlegen, wenn er runterfällt? Dass er weicher fällt? Weißt du, der Bund ist recht hart. Und dann passiert ihm nichts. Dankeschön! Ein anderer Freiwilliger. Da klickt er. Da seid ihr dran. Wunderbar von mir. Sehr gut, wie heißt du? Applaus von Leo! Jetzt machen wir mal eine Generalprobe, wenn er fällt. Keine Sorge, hier passiert jetzt nichts mehr. Wir werden versuchen, mit den Keulen zu schankieren. Bist du bereit? Bist du bereit? Ich habe gedacht, das wäre spannend. Es war ein Krampf. Kannst du wieder gehen. Schnell weg! Wir sind Profis! Gibt es meine Position? Position! Wollt ihr noch mehr? Ja! Wollt ihr was Gefährliches sehen? Gefährlich für uns oder gefährlich für euch? Ja! Applaus für die Utah! Applaus für die Utah Wir wollen in das Schweres Gunst zu machen! Wir haben das zum ersten Mal zum Schlussregang! Wir werden das Schweres Gunst ausprobieren! Wir werden versuchen, an dir den Keul vorbeizustellen! Es ist sehr gefährlich! Ganz wichtig ist, so schnell immer nach vorne schauen und immer lächeln! Wie heißt das? Utah? Utah! Utah! Es ist auch ganz egal was passiert! Immer lächeln! Immer nach vorne schauen! Utah! 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 Pause! Nein! Verwandt euch! Eins! Zwei! Wann gehen wir weiter? Eins! Zwei! Vier! Zwei! Hoowei! Ja! � sanctuary! Komm Anto! Komm Anto! Eins! Zwei! Hell'n! Jetzt kommt die Steigerung! Jetzt seht ihr das Kreuz des Südens! Das liegt bei Wartenberg! Wollt ihr noch gefährlich? Wer stirbt denn für euch? Aber das macht man für die Schau! Hast du Angst? Schalt willst du? Ja, wir rücken noch, keine Sorge! Ja! Ja! Das ist toll für die Schau! Da hast du reichnet! Ja! Ja!